Ja, also da steht auf jeden Fall einmal meine Familie, mit meinen Freunden, dann steht da auf jeden Fall auch Björn Chang 2018, da gibt es ein Bild, das ist eigentlich ein relativ zahres Bild unten im Ziel, aber da habe ich meine Leute um mich und das ist einfach so emotional, auch wenn es nicht gut ausgegangen ist, aber das Bild hat mich motiviert auch zum weitermachen.